Die Jungs behalten die drei Punkte heute zu Hause. Hier ist die Aufstellung vom Eintracht Samfurt. Mit dem Nummer 18 Tor Kämpfe. Die 2 trägt Eva. Mit dem Nummer 6 Christian. Die 8 trägt Chibri. Und mit dem Nummer 9 Romland. Mit dem 5.10 Naichi. Unser Kapitän heißt Sebastian. Die 25 Christopher. Mit dem 27 Mario. Die 25 Jesper. Und mit dem 5.10. Unser Brasilianer. Ja! Auf der Bank nehmen zunächst Platz fürs Tor. Für die 4.10 Kammer. Mit der 5. Die Welt. Mit der 90. Die 20. Makoto Hase. Die 21 Lukas Alari. Mit der 22 Timothy Chester. Unsere 26. Georgina Ebime. Und die 36. Ansgar Knauf. Trainiert wird unsere Eintracht vom All-Nee-Mass. Ste amateur. Die 2. Ja! Wir. Ja! そう. Ja! Vielen Dank.